Hallo, hallo. Ja, wir gehen zu 2022. Heute ist der erste Januar. Ich bin eigentlich glücklich und motiviert und auf dem Weg zur Baustelle. Und ja, gestern haben wir so durchspaziert, gutes Gespräch gehabt, ein bisschen Bestandsaufnahme, die ganzen Projektmanagementpläne durchgesprochen und sind zum Schluss gekommen. Ein Züge im Dezember 2023 ist möglich, aber puh, also wir müssen schon ein bisschen Gas geben. Okay, so, zur Thema Gas geben. Wir fangen an wieder in den Keller. Hier sind die ehemalige Kohlenschächte. Die würden zugemacht werden. Wir haben erst gedacht, wir wollten einen Scheidholzkessel. Jetzt haben wir auf einmal umentschieden zur Hackschnitzel. Vielleicht spreche ich mal drüber in einer anderen Episode. Auf jeden Fall, wenn wir kein Scheidholz hier reinschmeißen müssen, brauchen wir ja keine Schächte. Und die Schächte haben drei Stahlträger. Man sieht die Schlecht hier, aber die sind in einem sehr schlechten Zustand. Also hier wird definitiv zugemauert. Der Rest der Raum gibt reichlich zu tun. Die ganze Restputz muss hier runter. Man sieht überall die kleinen Schadstellen und die Wand, die natürlich zugemauert sein muss. Und hier ist die Esse. Die haben wir gestern teilweise abgetragen. Und die Betonelemente hier im Decke, die sind nicht mehr stabil. Die saßen damals auf der Esse. Das heißt, quasi eine Seite hängt in der Luft oder ist von den anderen Bauelementen befestigt. Und der Dominik mag das lieber jetzt runternehmen. Dann müssen wir es ordentlich wiederzumachen. Und es geht los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Übung von demás Belmonts Bis zum nächsten Mal. Aber mittlerweile das Pickern und Putz runter, das ist meine nichtlieblingsaufgabe. Absolut. Ich würde mich freuen, wenn der Tag kommt und ich es nie wieder machen muss. Jetzt legt Dominik los. Die Durchbrück von die ehemalige Esser kommt runter. Jetzt schauen wir mal. Eigentlich ist es sehr interessant für uns die Bodenaufbau hier von die Seite zu sehen, weil das ist eine von unseren nächsten Aufgaben. Nünftige Wiederaufbau zu planen. Es geht weiter. Die Ziegelreihe rauspickern von den Scharktieren. Also doch sind keine Ziegelreihe, eher Zement. Ich habe in der Zeit probiert, die Putz hier weg zu machen, aber das geht einfach nicht. Das ist so fest, dass die Ziegel brechen ab, eher der Putz hier runter kommt. Also ich glaube, mindestens erstmal muss es hier dranbleiben. Bevor es losgeht, mit endlich Kellerboden ausrufen, wir wollen unseren letzten Durchbruch durchbrechen. Also das war auch schon damals eine Durchbruch, sieht man ja. Damit ist es nicht alles so kompliziert, das wieder rauszunehmen. Es ist soweit. Wir haben der Frontlader gemietet, der große Schlagbohrmaschine ist da und wie man sieht, wir haben schon eigenes raus geschafft und jetzt müssen wir nämlich unseren Haufen wegfahren, damit wir noch mehr rausschauen können. So, ich bin hier gerade angekommen. Der Dominik hat den Vormittag genutzt, um unseren Dreck wegzufahren, das ganze Erdaushüb und das bisschen vom Keller. Und wow, also ich würde sagen, er hat schon ein eigenes erreicht. Da haben wir jetzt wieder Platz, wo man den Kellerboden rausnehmen kann. Ich glaube, die nächste Aufgabe heißt wahrscheinlich gleich wieder vollschlichten. Aber cool, Haufen ist weg. Das muss man ja finden, wo die überhaupt stecken. Musik Jetzt, dass der größte Haufen weg ist, denn in der Regel sitzt immer der Lader dort, fängt alles ab und wenn es voll ist, wird weggefahren. Hallo, Noah! Hallo, Noah! Hallo, Emily! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt haben wir entdeckt, diesen Kanal von den Heizungsraum. Die entdecken wir nur kurz, ist nicht nur kurz, die geht nämlich durch den gesamten Keller. Das ist eigentlich fast schön, interessant, was es damals gemacht hat, immer noch hier so abgedeckt. Erklärt auch, warum wir immer wieder diese trockenen Streifen hier hatten. Die anderen Neuigkeiten sind hier. Das zweite Stutze hier ist eingebaut. Schon seit ein paar Tagen, Baustutze sind ab. Und jetzt kann man hier durch so die anderen Keller teilen. Aber hier, eigentlich, das ist ja auch interessant. Warte mal. Hier sieht man die Höhenunterschiede zwischen dem tiefen Kellerboden und dem höheren Kellerboden. Das ist so ein guter 30-35cm. Also das bedeutet für uns, hier sieht man das ebenfalls, der große Absatz, das von dem hohe gelegten Teil des Kellers, quasi zwei Drittel von der Gesamtfläche. Ja, da würden wir gerne schon buddeln müssen, das alles auf ein Niveau zu kriegen. So, geht's los mit Teil 2. Der Christoph ist hierher gefahren mit der Radlader. Schauen wir mal, ob unsere halbgefrorene Haufen ein bisschen wegkommen können. Und jetzt gehen wir schon wieder im Keller. Licht haben wir schon. Und genau, wir haben das geschafft. Der Kellerboden ist jetzt vollständig teilweise entfernt, aber überall abgebrochen. Also irgendwie sieht das schon wie viel Arbeit aus. Dominik? Lenny? Lenny? Christoph? So, Santa Claus hat uns von Kanada eine tolle Self-Leveling-Laser geschickt. Und wir nutzen das jetzt an unserer Bodenhöhe zu messen, damit wir wirklich Überblick haben, wie tief müssen wir noch graben. Tatsächlich eine sehr praktische Sache. So, die Antwort war, wir müssen noch sehr tief graben. Hier hatten wir auch der Dominik, sein Bruder Manu und seine Partnerin im Einsatz. Immer wieder sind wir dankbar für die Gänsehilfe, die wir bekommen. Und eigentlich spannend, Christoph macht gerade unser Kanal auf. Weil irgendwann muss man herausfinden, was wirklich hier unten drunter liegt oder wo es hinfährt. Man sieht aber die wahnsinnige Bodenaufbau, Schichte am Schichte. Bei der Sanierung in den 80er Jahren haben die einfach noch mehr raufgeschüttet und noch mehr platoniert. Also, jetzt ist es in Manchesterland sehr tief. Hier hat Lenny sehr viel geholfen. Er hat die Bauschutt immer schon verteilt, damit wir die Ladern richtig vollkriegen können. Gsc ein, ihr seid, nehm du spät. Von vier bis 2017 Hier stehen wir ganz auf die andere Seite des Grundstücks. Bekannte Villa, immer gekegelt waren. Und hier ist der mittlerweile sehr schlammige Weg von die Straße runter. Hier sind wir immer mit der Lade gefahren. Und ja, das kann man vielleicht nicht so gut erkennen, aber wir haben ziemlich riesige Haufen hier schon gebaut. Wir finden das cool, weil eventuell wird man das natürlich alles schön machen, ausglaten, ein bisschen Gras und so drauf wachsen lassen. Aber da hier in die unterste Ecke des Grundstücks ist ja hier im Hintergrund natürlich der Straße. Und auch wenn es nur ein paar Meter ist, ein bisschen mehr Schallschutz und Siegschutz von der Straße kann nicht schlecht sein. Zur Orientierung. Hier ist mal noch ein Loch. Aber auf der anderen Seite des Loch ist ja die große Klärgruben, also zukünftige Pflanzen, Kläranlage, Becken dort hinten. Und hier wird es die Ausgangs-Sein zum Sticker-Bereich. Deswegen ist diese große Lache auch noch dort zu sehen. Genau. Da ist eigentlich nichts drin, was an sich wirklich gut ist. Weniger Arbeit für uns. Nichtsdestotrotz haben wir die nächsten Stunden verbracht, die Kellerboden in diesen zentralen Bereich runterzuschaufeln und den Kanal in die gesamte Länge aufzumachen. Dann wünschen wir für's Como! au a a a a a a a a Ich will gar nicht wissen, wie viel Eimer von Dreck im Bauschutt wir hier rausgebracht haben. Okay, das Licht ist nicht so optimal, aber das sieht man trotzdem. Hier sind tatsächlich große Felsen. Hier sieht man anlang, warte mal, mein Schatten ist im Weg. So, hier geht es los, da hat man vier Ziegel tief bis zum Fundament oder bis zum Wandschluss und hier kriegt die Granitsteine hoch, bis hier haben wir nur zwei und letztendlich nur eine Ziegel dort in die Ecke direkt auf der Granit gebaut. Also dann ist das schon selbstverständlich, das kann man nicht wegpickern, das ganze Granit. Das sieht man hier, wie steinig und hoch das wirklich ist, dieser Anteil im Keller. Und wir wollten natürlich einen ebenerdigen Keller hinkriegen und müssen jetzt, denke ich, damit akzeptieren, es wird sich eine Art von Podest oder Stufe geben müssen. Hallo Brutto, wie ist es? Good. Hi Brutto, wie ist es? Good. Ja, die endlose Nebenjobs. Normalerweise Sonntag ist Familietag, aber heute sind wir hier. Wir pumpen unser zweiter Brunnen leer, da wir einen Wassertest bekommen in ein paar Tagen, würden das einmal leer pumpen und neu auffüllen lassen. Und dann gibt es ganz andere Nebenjobs. Und dann gibt es noch ein paar Minuten. Ja? Ja. 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 Ich sag's euch. Das war ein Sack. Das Ding war bombenfest. Aber man sieht ja hier, wir haben mit der großen Schlagbohrmaschine, bevor es zurück ging, die oberste Anteil dieser Trennwände runtergebracht, weil eventuell wird das alles mit Erd und gefüllt Folie eingelegt und das wird der Becken für unsere Pflanzenkläranlage werden. Aber noch so ein spaßiges Nebenprojekt. Das nächste Nebenprojekt war ein kleiner Grabentutin und eine Stellplatz für unsere Stromkasten. Ja, wir kriegen Strom. Endlich weg vom Aggegrad. Was für mich sehr ungewöhnlich war, ist, dass wir haben in der Stellplatz eine alte Grabstein bewendet. Sowas kenne ich gar nicht. So, die Tante Götzgrub wird jetzt geehrt. Nach ein langes Leben kommt sie jetzt letztendlich unter unserer Strombox. Was denkst du Fredo? Hast du ein Treffer gefunden? Ja, vielleicht ist es ein Ring. Ich legte auf die Stellung auf die Stellung. Wo ist die A und die A und die A und die A. Okay. Fredo! Hallo! So, das war für dieses Mal. Vielen Dank für das Mitschauen und wir wünschen euch viel Spaß, Gesundheit und Schnee. Bis nächstes Mal. Sollte sich jemanden interessieren für die kanadische Zeit unserer Familie, klickt mal auf den Link unten links. Das ist nämlich mein Dad. Hockeyspielen auf die Einfahrt. So mag man das in Kanada. E petiteranda, Wir machen wir um transformative character. Du ch пл 합니다. harmonatie und中國 Será sonne. Das ist nämlich die Foldik in den Burn До Nearu. So eine Art wird mein Diehlschilder, die Dynamo sind zurückkommen. Bitte Palutas Lundcreatnde steht. Jetzt muss ich die Werkzeuge an Investigern und Panzer Berlin.